Spigi? Lachs? Da zählt sie sich nicht daran etwas. Was ist gekriegt? Montekoi? Montekoi? Kira? 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 Schakki? Schakki? Was willst du mit dem? Du isst dem nicht? Du hast Essen, Schakki. Mach keine Dinger draus. Die anderen freuen sich. Spigi? Da geht aber keiner so hin beim Spigi. Na gut, hast du sie gesehen? Ich habe sie gesehen. Montekoi? 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 Schnell! Kira? 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 Der Spigi ist der Erste. Jeden kriegt er. Du musst es anrechnen vom normalen Essen. Das muss ich generell anrechnen. Das ist ja nicht wenig. Sie haben ja schon gefrischt. Ich habe ja nichts. Ich habe nur einen Mundstangen. Der Spigi hat eine Hochilchner. Aha, der hat viel Frischfleisch gekriegt. Und er ist wieder aus den Haaren. Montekoi? Klar, dass er da schnell sein muss. Akira? Das Bedi hat schon? Bedi hat schon. Okay. Das Bedi ist der erste. Beni? Chaki? Willst du das nicht? Chakira? Komm. Füttern. Bedi? Muss ich dich schon wieder füttern? Monte, komm her. Monte, komm her. Bedi? Monte, komm her. Ich seh dich trotzdem. Ich seh dich trotzdem, Schatzi. Nein. Akira? Beni? 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 Fällt das gierig. Warte, das hat ein Bedi aber jetzt gekriegt. Ach, sagt's mir. Monte, komm. Monte, komm. Spidi, ich seh deine Lefze dauernd. Akira? Das ist ein Spidi. Nein, Spidi ist der erste. Schatzi. Auf. Okay. Geh, mein Chef, gib jetzt was. Jo, mein Schatzi. Monte? Mein Schatzi, jo. So. Frierst die Mose in Laa kriegt. Akira? Das Bedi ist ja brav. Ich seh dich aber. So aus La La. Los, ich spidi ausschlecken. Jo, mein Schatzi ist der für mich. So, aus La La. Das hat sich aus den La. Ja, Schatzi, du wolltest nicht. So. So.